Die zu veräußernde neue 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Wallow. 2015 wurde das Mehrfamilienhause erbaut. Das Haus hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, sowie zwei Parkplätze. Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 117 m². Der Kaufpreis der Wohnung beläuft sich auf 349.000 Euro. KP International steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.